hey freunde heute im test ein signature vulkan von klasek der signature vulkan hat 250 gramm nem gibt es immer als zweier set zum beispiel sieht dann hier so aus ist im karton drin im zweier set zwei vulkaner haben gekostet 11 euro 50 sprich 5 euro 25 für einen vulkan ne stimmt auch nicht 5 5 euro 75 für einen vulkan und dann schauen wir uns die teile mal an haben wie gesagt 250 gramm nem sind aber in f2 eingestuft und schauen wir uns mal die teile an bis gleich draußen zur zündung so freunde jetzt wie versprochen im test der klasek vulkan nämlich die tüchen so 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 so